Jetzt kannst du ja ein bisschen näher ranken, ne? Hast du schon hier drauf gedrückt, ne? Also, die Kamera schön anrufen, ne? Wie war's denn nun? Achso! Vernesse schützen! Was? Herzlich willkommen zu einem neuen Video Pyrofreunde! Mit dabei ist heute wieder der... Pyrofuchs, hallo! Pyrofuchs! Und wir haben die erste Bestellung 2016 im Haus. Heute angekommen, Sonntag bestellt, also vor 4-5 Tagen bestellt, ne? Bei Pyroland, Ausnahmegenehmigung, falls Fragen aufkommen. Ja, wir mussten nochmal, bzw. ich musste noch was kleines bestellen für ein Geburtstagsfeuerwerk. Und da hab ich einen Pyrofuchs gefragt, ob er auch was möchte. Und natürlich, wie es für einen Pyro sich gehört, möchte der Pyrofuchs auch noch was. Also, kleine Sammelbestellung, nichts großes. Und ich würde sagen, wir schauen da mal rein, oder? Also würde ich sagen, viel Spaß dabei! Und ich denke mal, jetzt läuft die Musik rein! Mit zwölf der Musik! Ja! 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 Es ist wirklich nicht viel geworden! Wie man sieht, relativ viel Verpackungsmaterial. Aber, wie gesagt, zwar auch nur eine kleine Bestellung! Na guck mal gerade das Geschenk Ok, wir merken, wir haben Geschenke bekommen und dieses Riesenpaket, womit wir euch enttäuschen müssten, waren meine Raketen Oh nein Na gut, wir fangen erst mal mit deinem Zeug an Ja Einmal, die Voltraffer, Ben Keller, Superkraffer-Teil, haben wir angebolt 2€ Dann, zum ersten Mal für dich Silverstar Ich für mich auch Das Ende steht bald bevor Ja, wunderschöne Füroland Wunderkerzen Aber nice Hast du auch noch nie getestet? Nein, die haben wir noch nicht getestet Dann hier Richtig geile Naughty Screamers von Leslie Muss man auch mal getestet haben Dann hier wieder 2 Schmuckstücke Einmal die Was? Was war das? Einmal die Lila Sif Eigentlich, ne? Lila Sif, ja Die sieht Okay, das ist noch gar nicht Ich glaube nicht Allzu lila aus Und die Goldweite, wa? Nein Brokat Gold Brokat Gold, ja das ist dasselbe Und dann meine Wenigkeit für das Geburtstagsfeuerwerk noch Geisha Embaas Richtig fettes Teil Kommt auch noch ein extra Video dazu Kann ich nur empfehlen jedem Richtig krank Und dann hier noch Die Veko Bad Bull Auf Empfehlung von einem netten Pyrokobolt habe ich die mir gekauft Das Geburtstagsfeuerwerk Und deswegen Ist die mit dabei Wir bauen jetzt noch mal alles schön auf Und da sehen wir uns Gleich wieder Wer ist denn der nicht nette Pyrokobolt? Der Felger Ach der Felger Das ist leider So Pyro ist hier noch mal die extreme Gesamtübersicht Von unserer ersten Bestellung 2016 So, erstmal kontrollieren Erstmal kontrollieren Genau die Screamers Haben wir die? Haben wir Silverstar Hammer Hammer Warte Haben wir alles? Ja, alles da Wie viel kostet das? Das kostet so viel Geld Ne, das stimmt nicht Das können wir nicht machen Einmal frei Okay, gut Also Bestellung ist abgehackt Alles drin gewesen Wir sehen noch mal Die Gesamtübersicht Der XXL Bestellung 2016 Nr. 1 Bei Pyroland.de Und ich würde sagen Wir machen ein richtig geiles Thumbnail Mit roten Kreisen Und Pfeilen Und damit das schön geblickt wird Bei seiner XXL Bestellung Und ja Ich hoffe euch hat das Video trotzdem gefallen Wie gesagt, war wirklich eine kleine Bestellung Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder Euer Effekt Firework Euer Effekt